Ich bin am Arsch. Nein, nicht wohl nicht bei dir, oder? Hat beide. Was? Bam! Warte, ich land bei dir, dann kann ich mir die Gans holen. Nice, Wurfmesser, cross the map. Ich habe gerade in dem ein 500 Dollar eingesammelter Punkte gesehen. Junge. Oh Gott. Da kurz das Herz in die Hose rutscht. Ja, ich bin gerade ganz kurz stehen geblieben. Was? Wait a minute. Ich sehe den noch nicht. Die laufen da gerade drauf zu. Ja. Da. Shoot hits, shoot break. Das war definitiv mein Fehler, dass der jetzt nicht tot ist. Ich weiß nicht, ob der alleine ist, aber ich habe sein Match. Ne, von hinten kommt sein Teammate. Kommt gerade von hinten angerannt. Ich habe einen. Nice. Oh. Mich hat einer gesniped. Ja, der müsste, das ist Bounty dann. Ist der, aber wo ist der? Ich glaube den Bounty habe ich gerade gedownt. Ne. Der ist hier vorne. Ne, der andere, der andere ist oben im Ding jetzt drin, im Tower da. Bei der Feuerwehr. Das Bounty läuft gerade weg, hinten weg. Heil dich mal. Ich heile mich mal. Bounty noch. Sauber. Ja, gut. Der andere lebt halt noch, ne? Ja, der ist hier oben in diesem Tower drin, meine ich. Oder auch nicht mehr. Recht. Der Maid ist hinter uns. Jo. Gut. Schön nachladen. Und mir Westen holen. Fuck. Wo ist der? Der steht da. Äh. Da quasi genau am Zonenrand. Du siehst, der ist schießt mir das Leifert. Da. Da. Ja. 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 Du durchschreibst nicht rein. Kricks dich hin. ich muss mich hier kurz heilen ja sie dort wieder ganz schön ich dran ja ja einer ist dahinter sw pusht mich ich warte ich war nicht sterben ich habe gewartet ist jetzt einmal über den airport schlecht wir können den lkw nehmen er ist auf jeden fall da reingerannt ich habe kein fenster darüber doch er ist da schildet sie an der tür oder am fenster fenster schild break ist immer noch da schildet sein mate ist das bist du schön mal deck einfach mal unten ab ich komme er steht auf der treppe der laser gesehen erwartet ich habe eine bolle auf ihn geworfen ich habe nur noch dort sind gegner da und da ich habe gedauert ich habe noch mal genockt da unten ist er da hinten ja den habe ich genockt er ist da reingerannt dann ist er tot ne der ist jetzt wieder zurückgerannt ja der ist rechts von dem gebäude gewesen da ich habe keine deckung hier ist schlecht weiter hinten dass man nach oben der kam glaube ich aus dem gulag der kader wurde wieder gekauft das ist natürlich scheiß wenn wir da unten hier ist da oben oh gott ich hasse dieses scheißspiel für dieses sprung direkt der nicht funktioniert das ist schlecht außenrum mit gasmaske ich habe keine dann weiß ich nicht vielleicht überlebst du es und ich kann nicht revalden warum kommt man denn hier auch nicht hoch alter man hat sich das dann ausgedacht ja weil das spiel scheiße programmiert ist was klettern angeht alles gut alles okay alles fein also wenn wir jetzt nicht hier vorbeikommen und da hoch hinter mir holy shit ist schlecht ist hier äh drin runter die sind über uns zwei stück hier ist eine coole bei mir über uns einer nockt beide nockt fuck zone kommt kann das sein pass auf die über dir auf die sind beide nockt ich habe assist bekommen ja da gegenüber ist auch einer ja lass mal move'n du kannst hier langlaufen scheinbar schatze unter uns was das für eine runde wir müssen runter müssen halt auch schnell runter ich wollte gerade sagen für mich wird das hier eng da ist einer über uns und einer unter uns bleib eine nockt andere auft die sind über uns cover warte die müssen runter kommen lass mal hier in cover gehen einfach deckung und warten wo waren die hast du die gesehen äh ja über uns auf dieser treppe wo du den eingesehen hast da oben da oben ja ich höre ein falscher ich höre husten ja ich habe auch ein falscher gehört scheinen über uns zu sein das wird definitiv eine Aufnahme das war ja alles ich kam auch mit der AK klar die hat überhaupt nicht verzogen alter Junge ich habe sogar Kills ja wir waren voll gut Junge das war ja 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 Vielen Dank.